Ciao zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FarmTogether auf der Nintendo Switch. Es ist mega viel passiert. Wir sind mittlerweile Level 47 und das habe ich eigentlich wirklich euch oder besser gesagt einfach der Community zu verdanken. Gestern hat das gerauscht auf meiner Farm. Es war echt mega cool. Ich habe von DLCs einige Sachen bereits bekommen, die ihr mir aufgestellt habt. Dann war die Hilfe riesengroß. Die ganze Map wurde abgeerntet und ja, es war wirklich super. Vielen, vielen Dank für die, die da so tatkräftig mitgemacht haben. Ich hatte dann auch wirklich Zeit, so ein bisschen schon was anzuordnen, wie ihr vielleicht jetzt sehen könnt. Und ich zeige euch das, was ich da unterdessen gemacht habe. Erstmal tanken. So, also ich habe jetzt hier, das hatte ich ja noch erzählt, dass dieses Feld hier, das stand ja bereits. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich lasse das stehen und werde dann das Ausweiten darüber. Das habe ich getan. Das wäre das hier. Dann habe ich die eingezäunt. Hier habe ich Gerbera angepflanzt. Auf die Gerbera möchte ich gleich nochmal zu sprechen bekommen. Ich habe nämlich noch was gesehen, was auch ziemlich lukrativ sein könnte zum Leveln. Eben dann habe ich hier noch weitere Felder angepflanzt. Alles hier durch. Dann mit Gerbera habt ihr mir fleissig gegossen. Wege habe ich gemacht hier. Den Rest da mit den Blümchen Kenty. Da habe ich jetzt, wie man sehen kann, fertig. Erstmal jedenfalls das, was steht mit Beleuchtung. Das war vielleicht ein Krampf. Das ist so mühsam gewesen. Was habe ich mich da verklickt? Aber jetzt die, die alle da sind, haben auf jeden Fall jetzt eine Beleuchtung. Ein paar Fische wurden mir noch gesetzt. Das ist jetzt hier bündig mit den Blümchen. Dann habe ich noch die Tiere alle, die im Moment jedenfalls zum gestrigen Zeitpunkt freigespielt waren, habe ich hingestellt. Plus auch Helfer dazu. Ich glaube, jetzt sollten die alle versorgt sein mit Helfern erst mal. Jedenfalls die, die ich habe. Das ist auch alles eingezäunt, glaube ich. Es ploppt eben so ein bisschen spät auf. Das habe ich gemacht. Dann kamen eben von den DLCs noch Sachen hinzu. Und ich bin so noch mit mir am Ring. Da habe ich ein bisschen umgestellt. Also seht ihr, ich habe hier Häuser bekommen. Ich habe jetzt erst mal nur diese Häuser mir setzen lassen, welche mit Dias oder mit Geld zu zahlen sind und keine, die mit Token zu bezahlen sind, weil ich da einfach auch so knapp bin und erst mal wirklich schauen möchte, dass ich die Sachen, die für mich so ein bisschen notwendiger erscheinen, als jetzt 10.000 Häuser auf der Map habe. So, sondern das ist wenigstens dem Bau schon mal vorangetrieben. Kochen sollte man nämlich auch jetzt mit diesen Helfern. Das darf ich nicht vergessen. Und dann habe ich eben gestern, wo ich eben auch diese Gerbera noch angepflanzt habe, habe ich gedacht, ja meine Güte, sieben Tage, das ist einfach mega lang, um da anständig vorwärts zu kommen. Dann habe ich aber gesehen, dass die eine Blume nach zwei Tagen eben auch extrem viel XP abwirft. Und ich habe es dann kurz so durch den Kopf so ausgerechnet und gesehen, dass die eigentlich, wenn man das jetzt auf sieben Tage rechnet, die Gerbera ist soweit und dann rechne ich mal, wie oft ich die in sieben Tagen ernten kann, die andere. Dann bin ich viel, viel besser dran. Viel, viel, viel besser. Und es handelt sich hierbei nämlich um die China Pink Tulpe. Die können wir uns gleich mal angucken. Also für die, die wirklich regelmässig spielen, wäre das wahrscheinlich eine fast bessere Option als die Gerbera. Wo hatten wir die? Die, das ist die. Und die ist zwar auch sehr teuer, die kostet euch 12.000, ernten 10, gibt euch dann aber 520 XP an jedem zweiten Tag. Die Gerbera gibt euch nach sieben Tagen 1250. Also wenn ihr das schon nur auf sechs Tage rechnet, dass ihr in diesen sieben Tagen könnt und ihr dreimal die Tulpe ernten, seid ihr schon weitaus drüber, seid ihr schon über 1500 XP mit der Tulpe. Also wer regelmässig spielt, ich sage jetzt mal täglich oder alle zwei, drei Tage, würde sich vielleicht sogar diese hier fast besser lohnen. Also es geht einfach halt dann schneller. Natürlich auch hier, alle Tulpen eigentlich geben gut XP. Also ich werde mich hier so ein bisschen noch drauf konzentrieren, dass ich da wahrscheinlich die Tulpen noch setze. Jetzt muss ich gerade gucken mit den Rosen. 330 nach drei Tagen ist es ein bisschen weniger. Hier. Oder zum Beispiel Rote Orchidee wäre auch was mit 720 nach drei Tagen. 535 nach drei Tagen. Also hier schaut es euch gut an und ihr wisst ja selbst am besten, wie ihr spielt. Oder wie häufig. Ich habe ja am PC, war ja eher mein Problem, dass ich ja nicht so mega häufig noch gespielt habe, weil meine Farm ja fast eigentlich fertig ist. Jetzt nicht im Level und da ging es mir wirklich darum zu leveln. Und da war natürlich die Gerbera eine super Option. Sieben Tage, das war für mich ideal, dann die zu leveln. Ich bin jetzt aber im Moment ziemlich häufig am Spielen auf der Switch. Wieso auch immer, keine Ahnung. Und ich glaube, dass ich dann hier auf der Map das nämlich so machen werde, dass ich da auch ein bisschen mehr mit diesen Tulpen noch arbeiten möchte oder die einfach häufiger jetzt auf der Farm vertreten haben möchte. Ich werde natürlich auch die Lücken, so wie ich das hier gemacht habe, eben mit Blümchen füllen, damit es auch reichlich immer was zu tun gibt. Und ich werde sicher nicht nur alles von derselben Sorte hinstellen, sondern wirklich, dass eigentlich immer was zu tun sein sollte oder immer was zu ernten ist, was sich lohnt. Und das wird sich jetzt dann mit der Zeit auch so ein wenig verschieben natürlich. Je nachdem, ob ich wirklich täglich spiele. Mann. Oder eben nicht. Aber dann ist jedes Mal irgendwas fertig. Wenn ich jetzt hier alles voll Tatsche mit Gerberas, kann ich einfach dann plötzlich sieben Tage fast nichts mehr machen. Klar, die kleineren Sachen, die mich nicht gross voranbringen, aber eben, ihr versteht, was ich meine. Also da lohnt es sich auf jeden Fall so ein bisschen einen Blick drauf zu werfen. Denn auch wenn ihr die levelt, es wird euch mehr Geld geben, es wird euch mehr XP geben, Schlusscement. Die Blümchen lohnen sich alle sowieso. Aber eben jetzt zum Leveln zum Beispiel finde ich fast die Tulpe hier fast ein bisschen attraktiver als die Gerbera. Deswegen werde ich hier auch so ein Tulpenmeer machen. Und ich weiss jetzt auch nicht, ich habe ja hinten angefangen, so ziemlich viele Gerberas zu pflanzen. Das habe ich ja im Video gezeigt gehabt. Ich wollte ja da so ein Gerbera mehr machen. Und ich bin jetzt so ein bisschen unschlüssig, ob ich das wirklich tun soll. Oder ob ich das eben jetzt auch ausweiten soll auf die Tulpe zum Beispiel. Dass wir da hinten natürlich schon ein Riesenblumenfeld machen. Definitiv auch mit der Gerbera, aber eben auch ausweichen jetzt auf die anderen noch, die uns dann immer und immer wieder mal gut voranschreiten lassen in den XP. So, schon wieder ein Level Up von der Agave. Ich konnte mich noch nicht hinreißen lassen, die Dias sie selbst zu kaufen. Also es besteht ja eben, wie ihr gesehen habt, die Möglichkeit, dass man das nach wie vor setzen kann. Es war nämlich mal die Rede davon, dass das nicht mehr gehe. Ich hatte da vor sicher einem Jahr ein Video darüber gemacht, vom PC aus eben, dass man das nicht zwingend kaufen muss, sondern wenn ihr Freunde habt, dass ihr euch das setzen lassen könnt. Dann hiess es plötzlich, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr geht. Ich habe es damals selber nicht getestet, muss ich ehrlich sagen, ob das wirklich so ist. Aber wie wir gerade gestern festgestellt haben, also es geht nach wie vor noch. So, ich muss mal gucken, Steckrübe müsste ich noch leveln. Riesenschirmpilz, gelbe Zwiebel, rote Zwiebel, vielleicht Tomate, haben wir da gerade was, dass wir da, ähm, die gelbe Zwiebel. Mag ich auch nochmal Zwiebeln. Ich habe alles voll Zwiebeln hier. Und das ist, gestern wirklich ist es so krass vorwärts gegangen. Ich habe nicht mal den Booster geholt und jetzt sind wir Stufe 47. Unglaublich. Es war mega cool, auch dass das so viele da waren, dass die Fahnen waren voll. Das hat mir so Spass gemacht. Das ist wirklich ein Unterschied von Konsole zum PC, was die Community betrifft. Also definitiv, das ist so. Das habe ich damals schon auf der Playstation festgestellt. Da hatte ich ja so ein Community-Projekt, wo ich regelmäßig gestreamt habe. Und das war da schon einfach anders. Vom Helfen her, von den Leuten her, das wurde nicht nur immer versprochen, ja, ich komme und helfe dir, sondern die waren dann auch da und die waren aktiv da. Und ich habe dann oft die Farm einfach laufen lassen, weil sie nicht gehen wollten. Ich habe gesagt, sorry, ich muss jetzt zu Hause noch was machen. Aber ich konnte die dann online lassen und sie waren alle so fleissig und haben mich da unterstützt. Und es hat riesen, riesen Spass gemacht. Und das wäre natürlich mega cool, wenn wir das hier auf der Switch auch hinbekommen würden. Das heisst nicht, dass ihr für mich die Arbeit machen sollt oder müsst. Aber es macht halt natürlich Spass, wenn man nicht alles alleine bewirtschaften muss und ich so natürlich auch Zeit finde, vielleicht eben für Dekos. So wie jetzt hier die Zäune, die ich da endlich stellen konnte. Und man da Gesellschaft hat. So, dieses Feld da hinten werde ich wahrscheinlich dann auch noch wegmachen. Ich werde es hier nochmal anpflanzen. Das wird aber nicht bleiben, denke ich. Das kommt dann auch weg. Und ich glaube, wir sollten noch die rote Zwiebel, die muss man noch ein bisschen leveln. Machen wir hier noch hin. Der Vorteil ist halt dann schon, wenn ihr die DLC selbst kauft, dass wenn ihr eine neue Map beginnt, dass ihr das Zeug habt. Oder wenn ihr was umräumt oder zum Beispiel eben die Map zurücksetzt. Dieser Fall trifft ja bei den meisten eigentlich irgendeinem gewissen Zeitpunkt zu, dass sie die Map zurücksetzen. Und dann ist das natürlich alles weg. Jetzt abgesehen natürlich von den Häusern. Aber das ist dann schon ärgerlich. Dann muss man wieder anklopfen und sagen, hey, könntest du und würdest du und dies fehlt mir. Das, ja, das ist dann das andere. Das ist dann ein bisschen blöder. So, aber welches Feld ich jetzt definitiv wegmache, ist das hier hinten. Das stört mich. Ich weiss nach wie vor noch nicht, wo ich die Häuser hinstellen soll. Wenn ich noch so ein bisschen unschlüssig, also ich werde die beieinander stehen lassen, also in der Nähe, so wie ich das eigentlich immer gemacht habe. Weil sonst geht das bei mir flöten. Also es geht vergessen, dass ich die Tickets mache, dass ich koche. Dann mache ich vielleicht mal ein Haus und dann aber spezifisch darauf achte ich mich dann nicht, was wann fertig ist. Und ich möchte das auch so ein bisschen handhaben hier, wie auf der Flachland-Map am PC, dass das in der Nähe der Shops steht, damit man sich auch achtet, auch wenn Besuch da ist. Die meisten switchen da nicht extra von einem Haus zum nächsten, um zu sehen, ob da was zu kochen ist. Und ich bin auch nicht so. Von daher würde ich das schon gerne so in Sichtweite. Dann vergisst man es nicht, denkt daran und sieht es auch gleich, wenn was zu tun ist, so wie jetzt hier in einem Haufen. Ich sollte es vielleicht einfach so stehen lassen. Damit es da auch vorwärts geht. Einrichten sollte ich es auch noch. Ah, meinen Charakter habe ich auch so ein bisschen geändert vorhin. Vielleicht habt ihr das gesehen. Röckchen und eine neue Frisur. Kann ich hier sonst noch was? So, okay. Dann, was haben wir? Wir haben noch Bäume bekommen. Uh, ziemlich viele Bäume. Oh Gott, ziemlich viele Bäume. Boah. Okay, jetzt muss ich kurz mal hochswitchen. Und dann runterswitchen. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh. Und da haben wir eben gestern auch noch so die Wege, habe ich da weiter gemacht. Und eben die DLC-Bäume-Teils bekommen hier. Die sind auch fertig. Oh, da werden mega viel zum Ernten. Jetzt haben wir schon bald ein Platzproblem. So, okay. Jetzt müssen wir gucken. Eine Sorte haben wir, glaube ich, doppelt. Aber das macht nichts. Das spielt keine Rolle. Also, dann haben wir die Quitte. Die muss noch da hin. Ich habe das so angeordnet, dass gegebenenfalls eigentlich ich einen Helfer hinstellen könnte. Das wäre dann eben auch zum Leveln und späteren Freispielen von weiteren Gegenständen wichtig. Damit ich dann wirklich einen Helfer hinstellen kann. Und das gemacht wird. So. Und die noch. Mega viel freigespielt hier. Pflaumenbaum. Jetzt hoffe ich, ich kann das Gebiet nebenan freischauen. Dann fehlt uns Granatäpfelbaum. Dann müssen wir gucken, ob wir... Nein! Oh! Ich habe es gewusst. Ich habe es genau gewusst. Ich habe es genau gewusst. Komm schon. Jetzt kann ich das natürlich hier nicht so einfach rüberziehen. Ach, Mann. Pru. Was machst du wieder für Blödsinn? Habe ich es richtig? Habe ich es richtig? Beim Klicken habe ich es gerade gemerkt. Jetzt kommt es nicht gut. Das ist Bolsch. Und hier auch. Oder? Nee, das hat gepasst. Okay. Mal absitzen und schauen, ob wir hier erweitern können. Tatsächlich. Ich mache immer hier vier Sorten nebeneinander. Jetzt haben wir hier zwei. Und dann kommt ein Weg hin. Eben gegebenenfalls für einen Helfer. Dann fehlen uns... Ich bin... Ich switche immer durch. Einfach auch immer... Es gibt so für mich eine Kontrolle, ob ich wirklich jede Sorte gepflanzt habe. Auch wenn sie nicht angezeigt wird. Gerade wenn dann eben noch andere auch pflanzen können bei mir. Dass ich einfach auch nur mal sicher bin. So, noch eine Sorte. Dann alles. Das passt. Genau. Dann sind wir durch. Neue Tiere haben wir auch bekommen. Und zwar Ziege, Schwein. Oh Gott. Ich komme fast nicht hinterher mit alles irgendwie hinstellen. Ich switche jetzt kurz mal hier rüber. Und gehe noch für die Quest die Bäume da hinten ernten. Ich sehe gerade, dass das ein Questbaum ist. Bevor nämlich die Jahreszeit auch schon wieder zu Ende ist. Wie viel brauchen wir da? 30. Okay. Kriegen wir hin, ne? Locker. Dann switchen wir. Aha. Aida ist da. Die war gestern auch fleissig am Helfen. Falls du das Video schaust, vielen Dank. Du warst nämlich gestern schon bei mir. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt will ich da nach hinten. Und jetzt wahrscheinlich müssen wir schon bald eine weitere Range machen für die Tiere. Ich glaube, ich bin da voll. Und dazu würde ich gerne dieses Stück hier freischalten, wenn das geht. Das ist alles ausgelegt schon. Meine Güte. Drei. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Müsste ich, glaube ich, hier. Und wenn es nicht ganz passt, ist ja auch so. Ich würde da eben dann gerne später mittig noch Blümchen hinstellen oder vielleicht die Fische durchziehen. Also ich möchte unbedingt mehr Fische machen auf dieser Map. Eine weitere Range. Ich gucke auch hier immer, ich bin da vielleicht ein bisschen heikel, aber ich gucke auch hier immer, dass wirklich keine Tiere vergessen. Es ist mir passiert mal und ich habe das länger nicht gemerkt. Und das war so ärgerlich, wenn man dann schon die Zäune hingestellt hatte. Das hat mich so genervt. Und dann plötzlich taucht noch ein Tier auf, weil ich es einfach übersehen habe. Wir nehmen da wieder die Holzzäune. Ich finde die am besten. Keine Ahnung, wieso. So. Okay, so. Die hätten wir. Zurück zu den Türschirren. Das ist jetzt auch neu. Da muss ich eine neue Range anfangen. Ich habe da immer Schiss, dass dann plötzlich mit den Fischen, dass mir das Becken unterteilt wird, wenn ich die Tausender-Marke geknackt habe. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich gleich eine zweite Range machen. Jetzt haben wir genügend Platz hier. So, die Schweinschirren, auch die brauchen einen Zaun. Auch das mache ich jetzt. Das sind so alles so Arbeiten, die ich ja sonst nicht mache, wenn ich noch nicht alles freigespielt habe. Und das sind dann schlussendlich, nämlich genau die Arbeiten, die mich nicht gerade so motivieren, weil es dann so viel ist. Deswegen machen wir das jetzt einfach so, wenn es geht und ich gerade Bock habe, so nach und nach. Und das ist dann auch schön, wenn sich da ein paar Dekorationen schon sehen lassen können. Dann haben wir noch ein Tier, oder nicht? Ich glaube, das war es, ne? Das war es, glaube ich. Da wird noch einiges kommen. Meine Güte, wo soll ich hin mit diesen vielen Tieren? Ich weiss es nicht. Aber füttern wäre noch eine Option. Ich bin am Studieren. Hier ganz hinten, das seht ihr, da wäre eben dieses Gerbera-Feld. Da würde ich wahnsinnig gerne, bis hier vorne, wo die Fische sind, hier, da ist ja ein Becken noch, würde ich eben schon gerne noch Blumen anlegen. Und eben genau solche Blumen, die gut XP geben. Aber ich glaube, vom Platz her, ach so, die Range, da geht da noch weiter. Was machen wir jetzt? Weil ich da noch die Fische haben möchte. Ich könnte... Wie sieht das hier aus? Doch, ich könnte theoretisch... Könnten wir hier zwischen rein? Das ist nämlich nur zwei breit, sehe ich gerade so. Also, ne, vier, aber ich wollte das anders haben. Ich habe eine Idee, warte mal. Wir machen doch hier eine Linie mit Fischen. Und eigentlich ist das unsinnig, hier jetzt freizulassen. Jetzt setze ich die hier hin. Das schwappt hier nämlich auch darüber hinaus. Weil ich möchte die Fische nicht alles in die Range von einem Helfer geben, sondern so ein bisschen abwesseln. Teils, wenn ich dann wirklich einige Zeit nicht spiele, die kommen dann kaum hinterher. Also, wir wollen ja unsere Helfer, die wir ja eh bezahlen, noch entlasten. Ich bin ja nett. Ich möchte hier noch von der Sorte was hinstellen. Wir füllen das auf. Da hier dann alles von den Helfern bewirtschaftet wird, wird das sowieso nicht so mega besucht werden, denke ich. Und später können wir die Helfer dann von diesem Gebäude ausbezahlen. Also, wir sind dann nicht mehr gezwungen, hier hinzugehen. Also, es soll trotzdem natürlich da ein bisschen schön ausschauen, natürlich. Aber eben, man isst dann schon weniger hier. So. Okay. Okay, okay, okay. Doch, wo mache ich jetzt die anderen Fische? Nein! Nein, nein, du nicht. Ich könnte... Ich weiss nicht, ob ich hier durch... Eigentlich wollte ich hier Blumen. Deswegen drei breit. Aber ich könnte theoretisch hier mittig eine Range machen, die zwei breit ist, für noch Fische. Das könnten wir bei ihr einfügen. Und ich glaube, das mache ich jetzt noch gerade. Den Dori-Fisch. Ich nehme jetzt nicht den Tracker, weil das geht ja nicht mit zwei breit. Das ist jetzt doch schade, dass man das nicht einstellen kann. Dass man sagen kann, mach nur zwei breit mit dem Tracker, dass das geht leider nicht. Das wäre cool gewesen. Und da würde ich dann eben gerne links und rechts davon würde ich einen Weg machen, wo man entlanglaufen kann. Und dann mit Schilf natürlich. Ich ziehe das jetzt. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Glaube ich. Ach nee, es kommen noch mehr Tiere. Ich hätte die nächste Range von einem Helfer für die Tiere nämlich hier hinsetzen sollen. Also hier auf dieser Seite, wo die Häuser stehen. Das hatte ich gestern eigentlich so geplant. Und da wäre sogar noch Platz bei den Hasen für eine Sorte Tiere. Der ist jetzt halt im Moment ein bisschen chaotisch. Ich muss unbedingt die Häuser versetzen. Irgendwo hin, wo die dann auch bleiben. So, jetzt haben wir ziemlich viele Doris. Alles klar. Dann können wir dann neue Fische, die hinzukommen, die ins Mischbecken kommen, einfach hier hinzufügen. Die fliessen dann hier in diese Range rein und dann kann der die nämlich abfischen. Genau. Und mit den Blümchen, das gibt mir jetzt echt zu denken. Nein! Weil ich eben hier, wenn ich es dann hinbekomme. Hier habe ich ja angefangen mit der Gerber. Das ist jetzt nicht mega viel. Aber jetzt bin ich so wirklich am Wanken mit den anderen. Ich weiss es noch nicht. Gerber, da würde ich sicher noch mehr machen. Weil das, das wird rauschen. Wenn wir das, was brauche ich, 49. Okay. Wenn wir da mit Gerber natürlich dann, aber eben auch, dass man wirklich zwischendurch auch anderes noch ernten kann. Ich muss mir das noch durch den Kopf gehen lassen. Ich bin da gerade so ein bisschen, ja nicht überfordert, aber eben, das hat mir mein Plan ein bisschen über den Haufen geworfen. Ich werde jetzt meine Sachen abernten gehen. Ich muss mal gucken, dass ich da helfe natürlich. Ah, die hat das Feld schon fertig. Ach, du Kacke. Dann werde ich halt wieder anpflanzen. Jetzt kann sie sich da den Booster holen. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Farm Together auf der Switch. Wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann kann ich euch auch den Freundescode sonst hinschreiben, damit man sich findet. Würde mich natürlich freuen über reichlich Besuch auf meiner Farm, reichliche Unterstützung, Hilfe. Ihr dürft auch einrichten kommen und wenn jemand Bock hat, ein Haus einzurichten, kann ich das gerne tun. Aber ich glaube, das ist nicht so euer Ding. Macht lieber anderes, habe ich gemerkt. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal ein, zwei Videos machen, wo wir die Häuser einrichten. Jetzt haben wir noch mehr und ich habe ja gesagt, ich möchte die eigentlich nach und nach schon einrichten. Und nicht so wie auf den anderen Maps am PC, dass die dann über Monate, fast Jahre leer stehen. Nur das Nötigste. Aber wir hätten es stehen. Ich habe jetzt hier noch ziemlich viel zu tun und je nach Lust und Laune würde ich das dann in Angriff nehmen. Wer Bock hat, kann mir da helfen oder selbst ein Haus einrichten. Ansonsten mache ich es selbst. Gut, Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge oder Livestream mehr auf meinem Kanal. Gerne kommentieren und natürlich einen Daumen nach oben dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.